Ja, dann kommen wir wieder zurück und wir spielen direkt weiter. Ah, Headset rutscht. Mal wieder. Okay, wir brauchen eine Steinkugel. Und ein nicht rutschendes Headset. Okay, wir brauchen eine Steinkugel. Oh, ja, scheinbar kommt man nicht über die Steinkugel, über diese Holztalle drüber. Naja. Passiert. Hab ich wieder vergessen. Damals, als ich das gespielt habe, war das noch nicht zu. Das ist erst mit dem Abbedenken gekommen, natürlich. Ah, wenn man bedenkt, damals war ich 5. Und das war so mein erstes Spiel auf dem PC. Und, äh, das Spiel habe ich auf dem PC meines Vaters gespielt, eigentlich. Dann war das schon geil. Wenn man sowas machen konnte. Naja, damals hatte ich auch keine Playstation oder Xbox oder... Komm schon! Äh... Game Boy oder so. Hatte ich alles gemacht. Aber dafür habe ich relativ früh ein PC bekommen. Naja, einen schlechten, aber... Spiele waren auch geil da drauf. Juhu, ich muss das unbedingt umkehren. Ich vergesse das die ganze Zeit. Äh, wo muss ich hin? Da... Komm ich nicht weiter. Dann... Okay, ich frage mich, wie man an die beiden Extra-Punkte da rankommen soll. Keine Ahnung. Egal, wir laufen weiter. Wir laufen weiter, wir rollen weiter. Und... Bowling! Äh... Ja, okay. Ja, die ersten drei Level, die kenne ich noch relativ gut. Die habe ich damals... Also, zu meiner Kindheit gerne gespielt. Äh... Hm... Äh... Äh... Oh. So, wir können jetzt da durch, aber da hinten ist eine Holzkugel. Also... Nehmen wir Holz, denn Papier wäre zu leicht, glaube ich. Ich bin in der Löwung. Und fahre weiter. Okay, hier müsste ich Stein benutzen. Boah, ich dreh mich. Ups. Zwei ins Knapp. Eindeutig zu viel. Uhu. Äh... Okay... Bam. Ich glaube, diese Strecke wäre eindeutig mal, oder dieses Spiel wäre eindeutig mal, was für Hardi. Wer kennt die nicht? Das wäre extrem mal was zum Aufregen. aus dem Sch Meyer. Drain, 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 drain. Drain, 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 drain. Wow. Und ein Extra-Leben. Boah, wieso drehe ich mich immer andersrum? Und weiter geht's. Und das dritte Level geschafft. Oh ja, wenn's so weitergeht, ist es ja eigentlich ganz schön. Ich weiß noch nicht mal, wie lange ich die ganze Zeit spiele, aber... Ah, mal gucken. Ach, schade. Ich glaube, wir sind jetzt... Der Dorf ist dritter. Okay, das war's dann. Und, äh... Bis gleich oder bis zum nächsten Mal oder... Ja, bis nächste Woche.